Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch vor einiger Zeit schon versprochen, dass ich euch mal ein bisschen genauer erkläre, was es eigentlich mit meiner neuen Spanschutzhaube auf sich hat. Und nicht nur das hat sich in Sachen Absaugung getan, sondern ich habe auch das eine oder andere da hinten ein bisschen verbessert. Und das, liebe Leute, schauen wir uns jetzt an. So, wir fangen hier hinten an. Wir haben ja hier ganz im Eck mehr oder weniger meine Schettbach-Bandsäge. Ein Video dazu findet ihr hier rechts oben in der Infocard. Da habe ich das Ding mal ein bisschen getestet, nach einem Jahr ein Review gemacht und ausgepackt und so weiter. Ein Problem, was ich aber immer hatte, ist, ich habe sie nie an die Absaugung angeschlossen. Das heißt, hier oben hat sich immer alles mögliche an Dreck gesammelt. Das ist innen drin, in diesen Bereichen war immer extrem viel Staub. Und das habe ich endlich behoben und habe quasi die Absaugung, die ja vorher nur bis zur Kappsäge gegangen ist, bis nachher unten durchverlegt. Kommt dann hier hoch, mitten im Verteiler. Und dort habe ich dann ein klassisches Blastgate installiert. Dieses Blastgate ist nicht von mir irgendwie designt, sondern vom Charlie Shett. Den verlinke ich euch auch mal unten nochmal in der Videobeschreibung. Zu dem aber später mehr. Das ist einfach quasi mit einem 3D-Drucker. Du hast hier eine Lade, wenn sie zu ist, wird aus diesem Bereich nicht abgesaugt. Möchtest du hier absaugen, ziehst sie raus. Und dann ist quasi der Schlauch hier auch freigegeben. Und dann können wir hier direkt am Anschluss von der Bandsäge absaugen. Und es macht echt einen mega Unterschied, ob du quasi mit Absaugung schneidest oder nicht. Wenn du hier und da mal einen kurzen Schnitt machst, brauchst du es nicht zwingend. Aber wenn du viele Sachen an der Bandsäge schneidest, dann ist das auf jeden Fall echt geil. So, und wenn wir hier schon da sind, es gibt eben unten eine Abzweigung. Die geht dann eben hier an den hinteren Bereich nach oben, hier mit ein paar 30er Stücken um die Kurve, weil, ja, ich hatte einfach keine 45 Grad Bögen mehr. Deswegen hier ein bisschen komisch rüber. Dann habe ich hier eine Schlauchstelle montiert. Einfach aus dem Grund, damit das hier oben auch massiv und fest da ist. Da gehen wir wieder auf den Blast geht. Dasselbe System wie unten. Und hier wiederum geht das Ganze dann auf meine relativ neue Bandschleifmaschine oder Tellerschleifmaschine. Auch dazu gibt es ein Video. Das packe ich euch natürlich auch nochmal in die InfoCard. Ja, das hier ist einfach nur ein ganz kurzes Stück. Das kann man relativ einfach abnehmen. Das ist nämlich nur drauf gesteckt. Und man hat auch hier wieder einen Adapter, den habe ich mir auch wieder selbst gedruckt mit einem 3D Drucker. Wirklich, den 3D Drucker, den brauche ich so eigentlich gar nicht. Aber für die Werkstatt ist das Ding einfach, es ist goldrichtig. Das Problem nur ist immer, man muss es meistens davor selber konstruieren und zeichnen. Das geht super, klappt meistens, es macht Spaß. Nur es dauert halt auch ein bisschen. Du musst vielleicht den ersten Versuch machen, dann nochmal drucken und so weiter. Aber ja, man muss das konstruieren. Und manchmal fehlt mir da auch ein bisschen die Zeit und vor allem auch die Lust. Ich wollte hier oben noch so ein kleines Cover hier oben drunter bauen, damit einfach der Dreck, den ich hier oben produziere, der momentan fliegt einfach hier drüber. Das ist meiner Meinung nach ein bescheuertes Design. Wenn das Ding einfach einen Zentimeter schon mal weiter hoch gehen würde, wäre da schon viel geholfen. Das muss ich nur angehen, das dann vielleicht mal in einem zweiten Teil in Sachen Absaugungsupdate. Aber ja, jetzt bin ich eben noch nicht dazu gekommen. So, als nächstes haben wir dann hier die Kappsäge. Die kennt ihr ja auch schon, trotzdem auch ein Video dazu ist natürlich auch verlinkt. Ich hatte bis dahin eben die Absaugung geführt gehabt, weil mir wichtig war, okay, Kappsäge macht eine Menge Dreck, unglaublich furchtbar viel Staubentwicklung. Und deswegen brauchen wir, wenn ich die verwenden möchte, unbedingt eine Absaugung. Und die hat ja hier oben so einen passenden Adapter, da ist eigentlich, wenn man die kauft, so ein Sack dabei, ja, kannst du eigentlich, ja, er bringt ein bisschen was, aber es ist halt eigentlich nicht wirklich effizient. Trotzdem, hier oben angesaugt, ein bisschen was geht dabei weg. Natürlich auch wieder hier nach oben gegangen, hier hinten wieder so ein typisches Blasgeld. Ich muss das Ding noch irgendwann mal ein bisschen fixieren, weil aktuell rutscht das noch ein bisschen rum. Aber hier mal das Blasgeld, dann geht es eben rüber auf die Kappsäge. So, gebracht hat es was, aber nicht viel. Und deswegen, liebe Leute, habe ich mir vor, wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen über einem Monat, mich mal hingesetzt, habe dabei die Kamera ausgelassen und habe einfach mal experimentiert. Habe mal ein bisschen rumprobiert, habe mit einem alten Stück Karton, einfach mal das ein bisschen so geknickt, wie man das hier unten bauen könnte, um einfach hier unten auch abzusaugen. Das ist nämlich, da gibt es kein wirkliches Patent dafür. Da gibt es ein ganz cooles Video, das packe ich euch auch mal in die Videobeschreibung. Der hat einfach mal versucht, einen wirklichen Unterschied zu messen, wenn er die Kappsäge nur von oben absaugt, nur von unten. Mit welcher Absaugungstechnik. Das packe ich euch, wie gesagt, mal unten rein. Das ist ein englischer YouTuber, aber er erklärt das wirklich sehr gut, macht es danach immer mit wirklich exemplarisch, hier so und so viele Schnitte, das ergibt so und so viel Dreck und echt super. Und ich habe mir versucht, ein bisschen in diesem Bereich mich auch vorzuwagen. Bei weitem natürlich nicht so effizient, aber ich merke einen deutlichen Unterschied. Und das ist das, woraus mir ankam. Natürlich, wenn ich jetzt hier viel schneide, ist der Tisch immer noch komplett voll. Aber, wie gesagt, bei weitem weniger. Was habe ich gemacht? Es ist einfach nur eine kleine Behäusung, die ich gebaut habe. Ihr seht, aus hier alten Resten von hier Multiplex, die meiste ist einfach nur mit Heißklebe zusammengeklebt, um ehrlich zu sein. Das ist einfach nur eine Box. Die habe ich dann wiederum hier in verschiedenen Teilen, da habe ich einfach ein paar Gärungen draufgeschnitten und so weiter, damit es hier rum geht. Habe sie dann da drauf gesetzt, mit Heißklebe wieder einmal alles abgedichtet, damit man es relativ easy wieder rausbekommt. Ich meine, da haust du einmal gescheit dagegen, dann fällt das Ding schon runter. Habe dann hier an der Seite wieder mit einem 3D-Drucker einen kleinen Anschlussadapter konstruiert, gedruckt, whatever. Ich glaube nicht, dass man es so wirklich sieht. Naja, dafür ist es einfach zu dunkel. Auf jeden Fall hier drin, hier drin, da kommt das Ding raus. Da das Ganze natürlich jetzt eine relativ geschlossene Box ist, saugt es hier vorne und hier generell gut ab, weil natürlich die Luft von diesem kleinen Rohr hier sehr stark angesaugt wird. Das funktioniert auch wirklich echt ganz gut. Ich bin sogar am überlegen, ob ich den oberen, weil hier habe ich ja quasi die Abzeugung von hinten, ob ich den nicht sogar wieder wegbaue, um die ganze Saugleistung hier unten zu haben. Ja, noch habe ich beides dran, aber wie gesagt, es wäre fast eine Option, um einfach hier die Absaugung direkt am Schnitt, am Werkstück noch zu erhöhen. Aber es funktioniert auf jeden Fall schon mal ganz gut. Das Ding ist absolut nichts Besonderes. Du kannst auch derzeit, also ich habe bis jetzt seitdem nie wieder irgendwie in 45 Grad oder 20 Grad Winkel geschnitten, weil das Problem ist natürlich, du schneidest dir in deine Behausung hinein. Geht gar nicht anders. Das Problem ist halt, wenn ich meine Untergrundkonstruktion drehe, dreht sich die Box logischerweise nicht mit, weil der Anschlag bleibt ja parallel. So, wenn ich jetzt wieder schneiden würde, dann würde ich ja einen anderen Schnitt produzieren und somit würde das Ding da oben immer löchriger werden und immer schlechter. Es gibt ein paar, die haben das quasi dann abnehmbar gemacht, sprich, wenn sie jetzt 45 Grad schneiden, dann können sie das Ding easy rausschrauben oder so. Aber das ist halt dann doch nochmal wirklich next level und das war für mich wirklich einfach nur, irgendwas muss passieren und es ist was passiert. Ihr seht, ich habe auch die Ecken alle ein bisschen abgerundet, hat nichts irgendwie mit, damit du dich nicht schneidest oder so zu tun, sondern es ist verdammt eng. Um hier überall rumzukommen, muss einfach hier genug Platz sein und es war verdammt eng, dass alles, dass das hier ausgeht, auch wenn ich jetzt eben hier rübergehe. Da geht es sich ganz, ganz knapp nur aus. Also hier passt kein Finger mehr durch. Also es liegt wahrscheinlich sogar ganz knapp darauf an. Also noch geht es, aber es ist wie gesagt knapp. Geplant ist es eben hauptsächlich, um einfach nur gerade Schnitte zu machen und wenn es doch mal sein muss, dass ich einen Winkel drauf schneiden muss, dann ist es halt so, dann kann man den Schnitt theoretisch dann danach wieder abkleben oder irgendwie sowas. Das Wichtigste war mir einfach, es muss irgendwas passieren, die Absaugung an dieser Kapsäge ist einfach absoluter Müll gewesen. Ich weiß, das ist auch bei einer 1000 Euro Bosch Kapsäge so und deswegen bin ich echt mega happy, dass ich das gemacht habe und das hat so viel verbessert und ich nehme die Kapsäge mittlerweile richtig, richtig gern her. Und jetzt noch schnell zu dem Elefanten hier im Raum. Ja, ich weiß, unglaublich witzig. Ja, lange, lange habe ich mir ja immer gesagt, eine Spanschutzhaube wäre schon nicht schlecht. Erstens natürlich wegen dem Dreck, aber vor allem auch wegen der Sicherheit und den Fingern. Ja, ich meine, jeder hat nur 10 und die würde ich natürlich gerne auch behalten und deswegen ist es natürlich nie verkehrt, seine Sicherheitseinstellungen oder Vorkehrungen zu verbessern, zu erweitern und da ist natürlich eine Spanschutzhaube auf jeden Fall ein großer und wichtiger Punkt und auch Schritt. Das Problem ist, warum ich die alte nie drauf hatte, die mit der Bosch mitgeliefert wird, ist ein kompletter Müll. So, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, habe ich die eigentlich noch irgendwo oder habe ich die weggeschmissen? Das ist die Spanschutzhaube, die mitgeliefert wird bei der Bosch. Also erstens mal, was für ein Ungetüm, ja, was genau willst du damit? Ich verstehe natürlich den Sinn und die Idee dahinter. Ja, du hast das Teil hier hinten drin eingebaut, du kannst hier oben gar nicht drauf reifen, wenn du willst. Das Brett wird hier unten nochmal geführt, weil du schiebst das unten rein, dadurch erhöht sich das und dann schiebst du es durch. So, erstens mal, kann mir mal irgendjemand sagen, wo ich hier irgendwas absaugen soll? Geht nämlich nicht. Das heißt, das Ding nur dafür da, dass es mir ein Weg ist, und ich meine wirklich ein Weg, weil das ist furchtbar, ist es einfach ein totaler Müll. Du kannst nichts absaugen, es ist dir ein Weg, wenn du 45 Grad Schritte machen möchtest oder sowas, ist das Ding noch mehr ein Weg, weil es natürlich dann sich irgendwie einkeilt und so weiter, also weggelassen. Ich wollte, wenn dann eine Spannschutzhaube, bei der ich absaugen kann. Und diese Spannschutzhaube habe ich bekommen. Und zwar nicht irgendwo im Halebau oder sowas, sondern das ist eine extra dafür angefertigte, in 3D-Drucker rausgedruckte Spannschutzhaube, die nicht von mir kommt, sondern die hat der Charlie, beziehungsweise der Stefan von Charlie's Chat, entwickelt, gedruckt und mir geschickt. Und da möchte ich mich auch noch mal richtig herzlich bei dir bedanken, Stefan. Ich glaube, du musstest es 2- oder 3-mal zu mir schicken, weil die österreichische Post es irgendwie verschlampt oder verkackt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin mega, mega happy, dass ich die habe. Es gab ein paar Probleme mit der Befestigung, denn er hat ja auch eine Bosch GTX, 10 SC, whatever. Er hat aber die ältere Generation und da ist dieser Spaltkeil, der hier hinten drin ist, etwas anders gebaut. Und jetzt konnte ich quasi, so wie er es designt hat, nicht hier befestigen. Aber, Not macht befinderisch, das Ding wollte ich haben, also habe ich mich selbst darum gekümmert. So, wie schaut das jetzt bei mir aus? Ich habe es relativ weit oben natürlich befestigt, das heißt, das Sägeblatt kann ich trotzdem relativ gut schiefstellen. Ich kann es weit runterfahren, was ich natürlich nicht zwingend brauche. Ich kann es sehr weit ausfahren, und habe quasi noch eine große Hubhöhe. Ich glaube, die Kamera wackelt gerade die ganze Zeit. Aber ihr seht, ich bekomme hier immer noch ordentliche dicke Dinger durch. Kann die Sparnschutzhaube auch selbst manuell verstellen, wenn ich jetzt sage, Haku, ich möchte gerne hier mehr sehen oder sowas. Ich kann sie weiter runterfahren, ohne dass das Sägeblatt blockiert, was ja auch manchmal dann das Problem ist, dass es dann vorne ansteht. Da ich eben den Befestigungspunkt relativ weit vorne gewählt habe, ist das eben bei mir nicht der Fall. Ich habe die Sparnschutzhaube jetzt mal aufgeklappt, damit man einfach mal sieht, wie das hier drin ausschaut. Wir haben quasi hier hinten die Befestigungsschraube, die kann ich auch einfach wieder lösen. Das ist einfach nur eine Schraube mit einem Imbus und halt einer Mutter. So, die Säge dreht ja logischerweise nach vorne, um sich in das Holz reinzufressen. Logischerweise, weil wenn es andersrum geht, würde sich jedes Mal das Holz nach hinten hauen. Das heißt, es dreht sich so nach vorne, trotzdem schießt es dabei aber immer Dreck auch nach vorne weg. Das heißt, wenn man hinten absaugt, ist es sowieso ein bisschen blöd. Jetzt denkt ihr aber, ja genau das tut ja auch, die Absaugung, die saugt ja hinten ab. Ja, das ist richtig. Das Besondere ist aber, wir haben hier oben einen extra, einen extra Kanal eingearbeitet. Dadurch wird quasi die Absaugung, die ja hier hinten ist, nach vorne weitergeführt und erst hier vorne kommt dann wirklich die Sägewirkung zustande. Und das ist ja auch richtig so, weil wir schneiden ja hier vorne und nicht hier hinten erst. Also sprich hier vorne, wenn das Holz das erste Mal in das Sägeblatt eintaucht, dort entstehen die Späne und nicht da hinten. Deswegen wirklich nochmal echt Props an Stefan. Echt ein geiles Design. Ich weiß nicht, ob er sich das wirklich selbst ausgedacht hat oder ob er das irgendwo gesehen hat oder ob das eigentlich jede normale Spahn schon sauber kann, nur eben die von Bosch halt nicht. Auf jeden Fall wirklich cool. Ich möchte mich nochmal recht herzlich da bei dir bedanken. Ich habe dann hier oben einfach nur mit Klebeband das nochmal ein bisschen dicker gemacht, um einfach meine, ja nicht genau, hundertprozentige, passgenauen Adapter, den ich natürlich dann hier wieder mit einem 3D-Drucker gedruckt habe, hier einfach drauf zu stecken. Denn das soll natürlich schon auch ein bisschen halten. So ist das relativ gut drauf und ja, funktioniert super. Mein Absaugraum ist natürlich jetzt immer in Verwendung. Früher hatte ich den ja, wenn ich irgendwie drüben mit der Oberfräse was fräsen wollte oder irgendwie was abschleifen wollte, konnte ich den immer herauspacken, zack, da drüben fräsen. Brauche ich ja mittlerweile nicht mehr wirklich, weil wir haben ja die eingebaute Oberfräse und da ist ja auch eine Absaugung integriert. Zumindestens schon eine. Auch hier möchte ich natürlich noch erweitern. Denn bis jetzt ist es halt so, ich sauge halt nur von unten ab. Das heißt, alles was hier innen reinfällt, ist quasi durch die Oberfräse, die hat natürlich auch so einen Anschluss, wo du quasi absaugen kannst. Da kommt natürlich schon gut was weg. Also das funktioniert auch super, das finde ich mega nice. Aber natürlich hast du auch hier oben eine Menge Dreck. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dafür wäre natürlich mal ein gescheiter Parallelanschlag vonnöten. Das ist jetzt einfach nur ein Brett, das mir hier mit dem Pfosten ein paar ein kleines Loch reingeschnitten hat, um einfach, wenn ich irgendwas habe, das ich relativ nahe abfressen möchte, natürlich nicht in mein Profil hier reinschneiden. Oder sich der Fräse fängt. Aber da muss natürlich noch was her. Und deswegen ist natürlich das alles nicht finale. Das ist jetzt einfach mal der Stand Ende 2021, was meine Absaugung betrifft. Ich bin mir ziemlich sicher, da wird es mindestens nur ein, zwei Teile geben. Denn, wie gesagt, nicht nur hier für die Oberfresse brauchen wir definitiv noch was Besseres. Auch für die Säge an sich. Bis jetzt saugen wir nämlich nur oben ab und hinten. Was wirklich schon mal viel ausmacht. Aber trotzdem, denn ihr seht, es landet immer noch eine Menge Dreck am Boden. Und das liegt nach wie vor daran, dass wir hier immer noch eine Öffnung haben. Das heißt, alles, was quasi nicht eingesagt wird, landet am Boden. Das ist natürlich auf Dauer super nervig. Ihr seht, ab und zu kehre ich ein bisschen zusammen. So gut, wie ich halt hinkomme. Aber das meiste bleibt halt noch liegen. Und genau zu diesem Problem habe ich noch letztes Mal einen Kommentar bekommen. Und zwar habe ich ja immer gesagt, ich möchte da unten eine Schublade einbauen. Wenn die voll ist, zack, raus, Dreck einfach ausleeren und fertig. Das heißt, du hast da lange immer keine Probleme, dass vor allem der Fußboden die ganze Zeit dreckig ist. Dann kam aber einer auf die Idee und meinte einfach, hey, mach doch unten auch einfach eine Absaugung hin. Sprich, irgendwie ein trichterförmiges Ding, der Dreck rutscht nach. Unten hast du die Absaugung und dann wird das Ganze einfach gleich mit abgesaugt und dann hast du nicht mehr das Problem mit dem Schubladen. Eine sehr gerne Idee. Ob und wie die unsetzbar ist, muss ich schauen. Ist auf jeden Fall wirklich eine Idee, die ich mir anschauen möchte. Aber eins nach dem anderen, Leute. Wir haben nämlich noch eine Haufen anderen Projekte vor uns. Das war jetzt einfach mal der Zwischenstand zu Absaugung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen sehen, wie ich meine Sachen dann so angehe. Wenn ihr zu irgendwelchen Sachen, Verbesserungsvorschläge, Ideen, sonst irgendwas habt, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Würde mich natürlich auch sehr interessieren, wie geht ihr sowas an? Habt ihr eine Sparschutzhaube? Würdet ihr so eine verwenden? Ich meine, wie gesagt, dieses Ding da von Bosch kann keiner ernst nehmen. Schreibt mir das alles gerne einfach mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.